B Dag Du bist verhältnismäßig cool, hast volles Hand Und festen Stuhl, du bist nicht zu dünn und nicht zu dicht. Schon viel gesehen von der Welt und hast auch nie zu wenig Geld. Doch etwas fehlt dir noch zu deinem Glück. Die Accessoires sind schon perfekt, doch eins hast du noch nicht gecheckt. Die glatte Haut dort im Gesicht, nein, darauf stehen die Frauen nicht. Keine Frage, dir fehlt der Drei-Tage-Bahn. Dein BMW Cabriolet ist an und für sich schon okay. An jeder Ampel bist du König und deine Schuhe aus Propodil. Die Zeugen von Geschmack und Stil, doch leider ist das noch zu wenig. Wenn du in einen Spiegel blickst, wird erstmal rücksichtslos gewichst. Rücksichtslos gewichst. Dein Ziel wär' der Geschlechtsverkehr, doch dazu fehlt das Zubehör. Was ich dir sage, dir fehlt der Drei-Tage-Bahn. Drei-Tage-Bahn. Hey Joe, hör mal. Das Einzige, was die Miezen ans Gerät bringt, ist ein sauber geschäfter Drei-Tage-Bahn. Oder Beard, wie wir cool people sagen. Don Johnson-like wäre genau das Richtige. Und sein kleiner Freund wird sich bedanken. Geili, geili, super Typ, warum macht ich keine lieb? Und Geili, geili, super Typ, warum macht ich keine lieb? Und Geili, geili, super Typ. Und Geili, geili, super Typ, du bist ein Geili, geili, super Typ. Geili, super, geili, geili, super Typ, ein echter Super-Typ.